ja hallo und herzlich willkommen zu einer weitere folge von let's play mit händischen ich glaube ich weiß auch warum ich gerade nicht so viel schmieden konnte ich habe eine schmiede konnte einfach nicht mehr auf 100 sondern legendär und ich hatte immer so farmos nicht dröhnen das war glaube ich der grund eisenbarren lederstreifen das war glaube ich der grund weshalb ich ja nicht mehr so gut war man ein bisschen dumm war das schon ja ich mache mal kurz den typischen skill wie man das macht mit dem lernen falls der nicht dasselbe muss immer den limitierenden faktor kaufen man also das hätte ich auch mal bemerken können ich habe natürlich kein skill da drin zu schmieden und aber ich habe zumindest dafür das wird Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall, ich mache jetzt diesen typischen Skill, wie man das halt skillt, denn man kennt das, kaufen, 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 herstellen, herstellen, herstellen. Das ist immer mit Eisendolchen. So, der hat auch 10. Ja, mir auch. Mir auch. Und ich weiß gar nicht, es gab so eine Formel, wie viele Eisendolche man herstellen muss, um auf Level 100 zu kommen. Ich glaube, irgendwie 1100 oder so. Auf jeden Fall sind es halt echt einige. Ja. Dann noch, achso, ich dachte gerade, es wäre so eine schöne Schotten, das war einfach nur der Rauch von der Fackel. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich da, ja, an, da, Eisenbahren 10, Lederstreifen 10. So, und dann kann ich auch eigentlich hier das gleich nutzen. So, genau, ging das. Dieses unendliche Skillen. Ja, ich weiß nicht mehr, ein neues Level. So ging das doch schon besser. Schön, schön, schön. Scheiße! Ach, ich krieg die Krise. Ja, ja, halt deinen Schnauz. Jetzt hab ich's verkackt wegen dir. Äh, so, nein. Ach, falsch. Skill ist oben. Was wollte ich machen? Hm. Gesundheit, ja. So, und eigentlich müsste ich... Ja, hier die ganzen Punkte jetzt reinstecken. Okay. Ja, das bringt mir noch nicht so viel. Äh, ich kann wahrscheinlich nur ein paar wenige Sachen mehr machen jetzt. Äh. Das beste Schwert ohne alles ist immer noch dieses White Longhorn. Okay. Äh. Achso, das kann ich mit Gold machen. Ich verstehe. Ähm. Beste leichte Rüstung ist immer noch die Red Dragon Scale. Die passt aber, glaube ich, nicht zu ihr. Das ist es halt. Äh. 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 Aber da sind neue Sachen. Da war hier das Nord Male Shield. Passt jetzt auch noch nicht. Highway... Das passt schon so am ehesten, ne? So eine Highwayman Male. Aber halt auch nicht so richtig. So ein Ranger, ja, okay. Äh. Boah, ja, ja. Äh. Ne, da Rüstung auch. Aber es ist alles noch nicht so richtig. Das ist alles noch nicht so richtig. Eine kaiserliche Rüstung kann ich natürlich auch machen, ja. Äh. Äh, die kriegt natürlich auch Schilde, das ist klar. Hm. Ähm. Und äh, Ketten und alles so, aber das kommt dann natürlich auch noch. So. Äh. Was wollte ich tun? Ich bin jetzt hiermit fertig, ne? Ja, genau. So. Gut. Das ist eh das Beste, was ich hier habe. Rüstung, die Zäune 3, 407, kommt natürlich auch in den Skill, klar. Äh. Diese Dinger hier, Ring der Indigen Liebe, Stiefel des Todes, alles. Drachenplatten. Das ist natürlich die ultimative Rüstung, die es gibt. Aber ich denke, so wie ich es jetzt habe, ist, äh. Ja. Es ist eine Ergänzung. Das heißt, es kann ja nicht schlechter werden dadurch, ne? Es kann ja dadurch nicht schlechter werden. Jetzt haben wir hier neun Minuten damit verbracht, gar nichts so richtig zu tun. Äh. Das ist scheiße. Aber es macht nichts. So. Äh. Da. Ja. Da habe ich die ganzen Tränke drinnen. Ne? Ja. Gibt dann alles Sinn. Okay. Gut. Okay. Ich probiere es gerade noch einmal, weil Kalia wäre natürlich, äh. Auch eine schöne Begleiterin, sage ich mal. Hätte ich gerne. Ne? Aber irgendwie ist ja immer noch verbuggt. Weswegen ich sage, okay, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Kalia ist. Wäre lustig, aber muss nicht sein. Mh. Da bist du. Äh. Keine to me to use. Äh. Ne. Ne. Folgt mir. So. Die folgt mir halt einfach nicht. Okay. Die folgt mir einfach wohl nicht. Oder doch. Ne. Jo. Ist sie mein Freund. Ist sie. Äh. Äh. Ich, äh. Verbreite mir die, 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 die Wärme von Maranriften. Das ist halt immer so gefährlich, wenn ich dann so mitten in der Folge anfange, ne? Hm. Ich müsste, ne. Ich müsste eigentlich eine andere Quest machen. Irgendeine andere Quest. Irgendwas, was zwischendurch ist. Äh. Pfff. Äh. Irgendwas, was man zwischendurch machen kann. Ja. Ja. Das ist alles kacke. Das ist alles kacke. Äh. Find King Olaf's Verse. Das ist die Baden Akademie, die wir eigentlich auch getrennt machen. Äh. Okay. Weißt du was? Ich mach das mit Triften. Ich versuche einfach Dialoge irgendwie zu umgehen. Dann kriegen wir das, glaub ich. Also so, 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 so. Diese, ähm. Intervesting NPC. Das ist ne super Mod. Geile Dialoge. Aber ganz ehrlich, diese Dialoge sind halt echt immer 10 Minuten lang. So. Was ja nicht schlecht ist. Aber. Für ein Let's Base ist immer natürlich, da kannst du dann nur das und dann ein paar weniger andere Sachen machen. Äh. Äh. Aber. Was soll ich sagen. Das. Schlimmeres, glaub ich. So, jetzt ist es nachts. Äh. Mh. Hier Bruder. Ja, gerne. Gerne, gerne. Wer bist du? Hier, du brauchst doch mein Segen. Äh. Helgas Bunkhaus? Was heißt denn Bunkhaus in Deutschland? Bankhaus, Bunkhaus. Nee, kann ich nicht übersetzen. Was haben wir denn hier? Until next time. Okay. Ich darf anscheinend alles nehmen. Auch gut. Dann nehme ich mal das Brot mit, weil das kann man immer brauchen. Äh. Hier. Egal, ihr habt trotzdem was abbekommen, wo ich diesen Dialog doch schon mal gehört habe. Eine Statue von Dibella. Will ich nicht stehlen. Alter, habt ihr geile Augen. Hm. Wer bist du? Oh, Geilka. Ja. Alter, hier sind ja alle. Nein. Ich will keinen solchen Dialog. Die dauern ewig. Hm. Accounter, was Nere war? Ich glaube, das Buch habe ich noch nicht. Ne, ich war mit. Na, danke. Was haben wir hier? Also im Keller. Nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre. Scheinbar. Ist auch nicht so gut geschützt. Okay. Dann ist das so. Ich habe aber noch nicht genügend Sägen verteilt. Also nicht diese Dinger, mit denen man Holz durchtrennt. Hä? Wie ist das denn? Es ist 6.31 Uhr morgens. Okay. Die Biene und der Barb. Ich muss echt besser Englisch lernen, damit ich das alles übersetzen kann. Ich verstehe, glaube ich, so alles. Aber sowas wie solche Namen. Das ist schon was anderes. Hier. So. Gibt es hier irgendwelche News? Suche nach Arbeit. Töte den darfst du. Ja, das sind so diese typischen Dinger. Hallo? Toll. Das sind wieder diese, na. Diese nicht so spannenden Aufträge, weil man immer wieder irgendwo hingeht und ja, euch den Segen geben. Achso. Stell dir vor, ne, 6.30 Uhr haben wir es ja etwa. Stell dir vor, einfach 6.30 Uhr, es kommt jemand rein. Ja, dein Segen. Nachtigallen. Mhm. Nachtigallen. Das ist das Zimmer für uns vermutlich dann. Klar, ist sonst nix. Puh. Ja, kann ich noch natürlich, ähm. Äh, was ich noch machen kann, ist hier unten in die, 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 die Diebesgelde. Die sind ja auch manchmal so gläubig, ne. Ich wollte gerade christlich sagen, aber Christen gibt es, glaube ich, hier nicht in der Emmelsrand. Äh. Ja. Äh. Was hab ich denn bekommen? What's for the page? Ja. Okay. Interessiert mich nicht, aber das sind jetzt die ganzen Nebenquests, jetzt muss ich die alle absolvieren. Äh. Gibt es am Scorched Timber noch was? Hä? Ja. Sag mal, hat der Dieb jetzt irgendwie sich was geschnappt? Hi. Hallo. Hallo. Suchst du noch oder hast du schon? Äh. 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 Blanzfälschen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich kann mich auch wieder so ein paar Dinger machen. Kann ich eigentlich die Taschendiebe klauen? Ich glaube, dieser Taschendiebe hat nichts geklaut. Aber, wo? Okay. Wenn du was sagst, ne, dann ist das so. Jade! Ich sag da aus dem Weg. Wenn ich das sage, dann ist das so. So. Ich muss ja jede Gelegenheit nutzen, zu skillen, ne? Auch wenn es so klein wir sind. Okay. Da ist der Eivendigger. So. Balimund. Hm. Ich wollte eigentlich Sachen verkaufen, aber... Das ist wohl nicht. Ja. Ja, ja, ja. Gräker. Ja. Danke. Das Kind. Äh, ja. Maul. Äh. Ja. Ja. Oh, ein kurzer, kurzer Ende. Ähm. Äh, ne, Jade ist richtig hier. Was ist es schon? Konstanze Michel. Hallo? Okay. Francois Buffon. Aventus Argentino. Oh. Äh, ne, komisch, dass die alle auf dem Boden sitzen. Aber macht nix. Das macht nix. Ja, dieses, dieses, äh, Heim ist, ist ja echt ein Ding, ne? Mit dieser Mutter. Oder, ne, ja, Mutter ist es ja nicht dieser... Keine Ahnung, wie ich das nenne. So, jetzt gerade, ähm. Diese Frau. Da will ich jetzt erstmal noch nicht direkt hin. Hey! Toll. Sag mal. Mhm. Hier gibt's auch noch ein paar Leute, oder? Hausaufgaben. Zum Beispiel. Ach, nö. Nö, 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 nö. Das ist noch nicht mein Ziel. Aber jetzt wund ich mich gerade, was hab ich denn für einen... ähm. Äh. Ach, diese... Nö. Doch. Ja, das Ziel hab ich ja noch nicht so direkt. das Haus das ist hier noch Maris Aravels Haus da ist gar kein Haus hier ist doch diese Apotheke oder? Elgrims Elixiere genau hier ja so in der Art habe ich nicht irgendwo hier noch Kiste oder wo? ah ah oh okay das ist äh ja jo merkwürdig wie auch immer ja da ist es ne sobald sie Wert auf 100 legendär werden lassen auf 15 zurückgesetzt jahr passiert zu ihm hier hätte ich vielleicht vor der äh legendarität bedenken sollen das ist da vielleicht noch Leute dazu kommen aber gut soweit konnte ich in dem Fall vielleicht nicht denken ne library das ist glaube ich aber auch neu durch eine mod hinzugekommen durch dieses shadow of morrow oder wenn der ist ne shadow of morrow ist was anderes was heißt das doch ne das heißt shadow of morrow oder wo in dem mod glaube ich was habe ich hier hier ist äh ekelhaft ist nämlich gar nichts toll toll ist gar nichts okay ähm dann würde ich sagen mache ich einen Cut an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge macht gut bis dahin und äh ciao